hallo ich bin die uschi von stempel macht glücklich und heute möchte ich auslosen wer dieses designpapier von stempel up gewonnen hat aus meinem video zu meinen 100 abonnenten so da sind alle kommentare oder all diejenigen die mir kommentare geschrieben haben drin und dann schauen wir mal wer es gewonnen hat so gewonnen hat die sonja foskuhl herzlichen glückwunsch sonja ich schreibe dich an bzw du schreibst mir in den kommentaren oder per mail deine adresse und dann schicke ich dir das designpapier zu herzlichen glückwunsch bis dann tschüss abonnenten